Der nachfolgende Film wird Ihnen präsentiert von Fischer und Söhne, Ihrem Entsorgungsfachbetrieb in Bochum. Die große Bühne, der Catwalk, wird in Bochum einmal im Jahr auf ungewöhnlichem Terrain beschritten. Im Autohaus T. Mayer findet dann eine große Benefizwohnschau statt, die, wie der Name schon sagt, Mode für einen guten Zweck zeigt. Der Inner Wheel Club Bochum lädt ein und dort, wo sonst die Neufahrzeuge stehen, wird die Mode der neuen Saison vorgestellt. In diesem Fall darf es auch Buntes für den Sommer sein. Die Präsidentin des Inner Wheel Clubs Bochum, Gesine Bollschläger, erklärt, die Benefizwohnschau ist ein Event für Profis und für die ganze Familie. Und das auch auf dem Laufsteg. Die Besonderheit besteht darin, dass gleich Profimodels ihre Professionalität auf dem Laufsteg beweisen werden. Darüber hinaus werden aber die Nobilerinnen, deren Kinder und sogar Enkel an ihnen als Models vorbeidefinieren. Wir fassen zusammen, so schön ist Bochum. Wenn die ganze Familie auf dem Laufsteg zu sehen ist, klatscht das Publikum begeistert Beifall. Töchter und Mütter, Mode für alle Altersklassen. Und natürlich gibt es nicht nur etwas zu sehen, sondern auch zu kaufen. Junge Designer aus der Region können dieses Event nutzen, um ihre Kreation zu zeigen und zu verkaufen. Klar, dass hier der Zulauf immer größer wird, wie auch Gastgeber Heinz-Dieter Thiemeyer feststellen kann. Die Veranstaltung ist über, ich glaube inzwischen letztes Jahr erfolgreich gewesen und ist im laufenden Jahr wieder noch besser gebucht worden. Und wir machen die zu einem guten Zweck und hoffen, dass wir heute mehr als 400 Karten verkaufen können, die wir dann für die guten Zwecke der Rotaria spenden. Am Ende waren es sogar über 500 Besucher, zahlende Besucher dieser Modenschau. Und die sorgten für ein Spendenergebnis von über 10.000 Euro, die an acht verschiedene Einrichtungen für Kinder in Not überwiesen werden. Ein tolles Ergebnis dieser Benefiz-Modenschau, die so viel zu bieten hatte. Mode von leger bis klassisch, black and white und bunt. Alles für den Sommer und auch für die Herren. Und natürlich auch Schuhe. Und so geht dann auch der Hund gerne Gassi, wenn Frauchen so schick gekleidet ist. Die Benefiz-Modenschau des Inner Wheel Clubs Bochum hat nicht nur für jeden Geschmack etwas zu bieten, sondern also auch für hilfsbedürftige Kinder. Die dürfen sich jetzt über einen schönen Zuschuss für wichtige Projekte freuen. So bleibt neben all den schönen Eindrücken am Ende noch das gute Gefühl übrig, dass sich dieser Abend richtig gelohnt hat.